Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir Ihnen kurz einige der Fragen vorstellen, die die IHK selbst als Musterfragen zur schriftlichen AEVO-Prüfung veröffentlicht hat. Frage 1. Wie lautet die Fachbezeichnung für die Kooperation zwischen Ausbildungsbetrieb und Berufsschule? Frage 2. Welche Inhalte sind sogenannte nichtige Vereinbarungen im Berufsausbildungsvertrag? Frage 3. Welche Maßnahme ist besonders gut geeignet, um berufsbezogene Motive des Auszubildenden zu verstärken? Frage 4. Welche Bedingungen müssen in der Regel erfüllt sein, damit die IHK die Zulassung zur Abschlussprüfung für Auszubildende erteilt? Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Prüfung.